Willkommen zu unserem ersten Video. Heute werden wir uns vorstellen als The Crazy Friends. Und wir sind hier unter meinem Bett, also unter meinem Hochbett. Und das ist hier mein Lesebereich. Und hört's auf bitte. Ja, er hat angefangen. Und ja, da draußen sind noch die anderen und die kommen jetzt rein, weil wir stellen uns jetzt einmal vor. Ihr steht's da hinten. Also ich bin die Magdalena. Ich Marco. Ich bin der Sebastian. Die ist Kira. Und der ist Dino. Nein, das ist der Kurs. Konstantin, Spitzname Dino. Wir zwei, der Marco und ich, sind beide elf. Äh, nein, beide zwölf. Dann ist der Sebi. Zehn. Zehn. Dann kommt die Kira. Die wird acht? Die wird acht? Ja, die wird bald acht. Und dann kommt der Dino mit fünf. Wir sind beste Freunde. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Ja, oder eineinhalb Jahre, keine Ahnung, wir wissen es nicht so genau. Eineinhalb Jahre. Und wir drehen, wir drehen ganz viele verschiedene Sachen. Follow me around. Wir drehen. Wir drehen. Sie fragen, wir sagen. Ihr fragt und wir sagen. Nein, ihr fragen, wir sagen. Oder wie auch immer. Dann drehen wir noch Pranks, Challenges. Ähm, was drehen wir noch? Ja, zehn Arten. Demnächst, also das zweite Video, das wird ein zehn Arten Video. Ich gehe das gar nichts an. Ähm, nein, bleibt's erinnern. Und, also demnächst kommt ein zehn Arten Video. Damit ihr es nicht verpasst. Zehn Arten von Geschwistern. Und da kommt so eine richtig geile Fetterei. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns einfach. Und wir machen jetzt einfach weiter. Ja, also. Wir sind best friends. Wir sind wir zwei und er und sie ein bisschen sind Fans von Magic. Also das ist so ein Kartenspiel. Ein geiles. Ein echt cooles. Da bekämpfen wir sich gegenseitig halt. Eigentlich hab ich 13. Und, ähm, wir wollen, ja, wir werden hoffentlich andere YouTuber treffen und mit denen was drehen. Und kommen aus Österreich, aus der Steiermark. Ah was? Witzig. Und wir werden bei manchen Videos noch andere Freunde dabei haben. Die sind auch zum Beispiel aus unserer Schule. Und die werden wir dann in dem Video halt vorstellen. Und ja. Die haben die Ehre auch aufgebaut. Also, ja, der Dino ist nicht der Jüngste, sondern die haben noch eine kleine Schwester, die ist ein Jahr alt. Die zwei und die das, die Geschwister. Also, ich, der Dino, der Sebi und ich, wir sind Geschwister und die Kira und der Marco. Marco und die Mia, die ist nicht da. Die schläft im Bett. Ja. Und, ja, die Kira? Nee. Das, das. Dann sieht man den Dino nicht, Marco. Also, der Sebi erklärt jetzt seine Hobbys. Nein, der Sebi sagt, was er für Hobbys hat. Und. Ich erkläre sie. Nein, da braucht man nicht viel erklären. Du erklärst gar nichts. Du erklärst, was du für ein Nerd bist. Ich bin ein Nerd. Also, ich spiele Fußball, gehe klettern. Ja. Und du spielst Magic halt auch. Und YouTube. Pokémon. YouTube. Hoffentlich werden wir klettern. Kennen alle. Ähm, der Dino ist, wie gesagt, nicht der Jüngste. Wir, wir sind, dann haben wir schon gesagt, wer die Geschwister sind. Also, ich spiele Harmonika, steuerische. Und gehe auch klettern. Und werde hoffentlich bald mit Basketball anfangen. Demnächst. Äh! Ja, die Kira geht Hip-Hop und Ballett. Nein, das sag ich. Das sag ich. Und ich gebe... Ja, jetzt kannst du es eh nicht mehr sagen. Ich gehe auch noch Tennis. Und ich gehe... Cool. Und ich mag noch... Ah ja, ich gehe auch noch Tennis. Ich gehe auch noch Ball. Und fahr Fahrrad. Und ich auch. Nein, sie geht nicht. Der Marco ist... Nein, sie geht nicht. Ja, also, ich gehe Hip-Hop, spiele Tennis, spiele, gehe zur Feuerwehr, Freiwillige, Jugendfeuerwehr. Und, äh, bin Judo gegangen. Ja, bist du. Und, äh, bin Fußball gegangen. Schön für dich. Ich gehe Fußball. Und, äh, äh, R-Signal sich. Und das interessiert keinen. Ja, okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Also, wir hören alle gern mehrere, gern Musik. So, die Charts. Wir hören gern... Rammstein. Wir hören gern Easy-Deezy. Und wir hören alles. Gerne. Das Gemüse. Ja, das Gemüse. Nee, das nicht. Also, wir werden... Vielleicht werden wir auch einmal aus Büchern was vorlesen. Oder ich werde Bücher vorstellen. Und wir werden vielleicht auch was aus Büchern... Es war einmal Dornröschchen. Nein, wir werden aus... Die Charts ins Klo. Es war einmal im Männchen. Ma, jetzt kommt's. Wir werden halt Bücher vorstellen und daraus auch vorlesen. Also, wenn, wenn's, wenn ihr nix dagegen habt. Schreibt's uns in die Kommentare, wenn ihr wollt. Weil wir wollen, ähm, ja, wenn ihr Ideen habt, was wir sonst halt noch trinken, dann... Schreibt uns einen Daumen nach oben und schreibt's in die Kommentare... ...was wir sonst halt noch drehen könnten. Oder was euch gefallen würde, sagen wir so. Und lasst uns ein kostenloses Abo da. Und zum Schluss, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like. Und oder ein Abo da. Wir würden uns sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und, ähm, wir, wir wären auch bereit zu einem zweiten Teil. Wenn ihr, wenn ihr wollt, also schreibt's in die Kommentare... Dann lasst wir uns halt noch was einfangen für den zweiten Teil. Ja, und das waren eigentlich schon die 20 Fakten über uns. Tschüss. Also, Daumen hoch, wenn's euch gefallen hat. Das sind die weitere Videos von uns. Und abonniert uns, dann verpasst ihr keine Videos mehr von... Daumen hoch! Es gibt jetzt leider noch keine fixen Zeiten, wenn wir unsere Videos hochladen. Aber die werden wahrscheinlich wieder... Aber, aber damit ihr, ähm, immer... Also, wir haben... Ja, genau. Wir haben halt, wie gesagt, keine fixen Zeiten. Aber wenn ihr ein Abo da lasst, dann werdet ihr benachrichtigt, dass wir ein neues Video haben. Und, ja. Peace, Leute! Bis zum nächsten Video. Das ist ein ganz linder Daumen. Tschüss. 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 Tschüss.